Verlosungsauflösung Denn die Spannung steigt Gewonnen hat Es ist tatsächlich Nach Ein Guru Herzlichen Glückwunsch Und kannst du, der oder du Du wisst, wer den MHD14 bekommt Dann schieb mir doch bitte Per PN Deine Adresse Damit ich dir das so schnell als möglich Als Paket zuschicken kann Und natürlich würde ich mich riesig darüber freuen Wenn du auch so eine Art Antwort Video machst Vielleicht sogar zeigst, wie du den Kühler verbaust Weil das ist für die anderen immer auch recht interessant So Jetzt nochmal hier zum Schluss So ein bisschen MHD14 von Noctua Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Montag A10 Tschüss